Mist. Ah, wo wir schauen wieder mal. Lock and load? Haha, das hat sich gefördert. Hör, du hast uns geholfen, aber wenn du nach deiner Kartenkarte gehst, dann ist das gut von mir. Back off? Ich hatte ja gesagt, fuck off. Diese Stadt ist verflucht. Okay, also wenn ich ihn mit der linken Hand schlage, dann stößt es ihn zurück. Gut. Ich bin eh am Rechtshinder, aber egal. Einen habe ich nicht verstanden. Anger Management! Ja, ich krieg ne Shotgun! Und was für eine? Hehe. Okay. Use right trigger to fire. Okay. Den rechten. Kann ich zoomen? Nein, kann man nicht. Oh Gott! Y to check ammo. Ja, wie immer. Passt. So. Gehen wir da mal runter, oder? Ach, ich verstehe nicht, was ich sage. Ist alles wird schon leise. Egal. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nur sagen. Sie ist in der Stadt geklappt. Das ist genug. Lass uns gehen. Oh, oder? Nicht so schnell hier. Ah, schlagen kann ich auch noch. Oh, man kann doch zoomen. Okay, das gibt dem Ganzen noch ein bisschen Shooter. Viele noch mehr als sonst. Ich denke mal, hier gibt es keinen Erfolg dafür, dass man alles nur mit Melee-Waffen schafft, aber... Das Clipping am Ende ist manchmal etwas strange. Okay, Boxes von der SCU. Sind verteilt. Und was ist drin? Medipacks, Waffen, Munition. Gut. Aha. Mit GPS kann ich die finden. Gut. Open Door. Take Ammo. Ach, tschüss. Wahnsinn. Ah ja, wenn wir schon da... Boom! Hehe. Kann man nachladen? Ach, egal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Los geht's. Es switcht zu schnell hin und her. Es hat immer dieses... Wenn ich so rübergehe, dann... Wie soll ich denn da dann zielen? Aber da geht's nicht weiter. Aber ich spiele wie immer ohne Fadenkreuz. Tür schließen, damit uns keiner in den Rücken fällt. Kennen wir ja das. Kommt da einer raus? Nein. Check it out. Wer ist denn da? Krass ... Eigentlich hätte ich den jetzt am liebsten ungenähtet. Also schlagen kann ich jetzt im Prinzip nur noch, wenn ich renne. Keep moving, ja, lauf. Doch, mein Gott. Take a look at this. Was meint der denn? Ah, da hinten geht's schon weiter. Was haben wir denn hier? Okay. Wer braucht denn schon Drogen? Ich nicht. Oh. Oh. Das hätte ins Auge gehen können. Was? Was kann ich da? Liquor bottle. Alkohol. Immer doch. Jägermeister, auf Ex. Sehr gut. Shotgun. So. Ich weiß so nicht, was das bringt, besoffen zu sein in dem Spiel, aber... Hallo. Hallo. Willkommen zu Hause. Ich kann mir die Toilette um mich schlagen, ist gut. Ich hab was gehört. Nein, bevor der Alkohol nachlässt, gehen wir mal zu unseren Freunden zurück. Hallo. Hab, los Leute, move, move. Oh, da kann man durchschauen. Seht man nix. Hä? Jetzt ganz blöd. You first, Mr. Thomas. Ja, ich bin doch... Take it slow. Wer kommt hier oder kommt hier nicht? Gibt's vielleicht hier? Nein. Oh, da kann man auch aufmachen. Was ist denn jetzt? Na, komm schon. Nein, ich brauch nix von dem Bett. Hä? Oh. So. Oh. Stirb. Cool. Hm? Was geht denn? Oh. Hallo. So, was hat der? Press and hold to take ammo. So. Was, nur sechs Schuss? Hier ist nichts. Hier ist auch nix. Okay, weiter geht's. Rennt doch nicht immer vor. Geht nicht auf. Ich hab' was gesehen. Dachte ich zumindest. Kommt da einer? Nein. Grab Antenna. Hören Sie uns die News an. Ich hör' zwar nix, aber... Ich bin Sarah Brantin mit City News. Sarah Brantin. Ich bin Sarah Brantin mit City News. Ich bin Tony Roots. Ich bin Tony Roots. Gut. Okay. Interessiert mich nicht. Weiter geht's. Geht nicht auf. Hey, das könnte die Tür sein. Warum muss es immer nach unten gehen? Was ist mit euch anderen Spastis? Kommt ihr mir nach? Nein, natürlich nicht. Okay, dann rennen wir einfach runter. So. Kommt ihr nach? Nein. Wär auch zu schön gewesen. Und wenn? Die helfen mir ja eh nicht. Das geht da auf. Tür zumachen. Und dann geh' ich da... Nein, da darf ich nicht durch. Okay, ich hab's kopiert. So. Wo kommst du jetzt schon wieder her? Immer von hinten anschleichen. Stand bei. Es geht um dich und ich zu holen Van Horn. Ich habe die Feldkip mit dem, was wir wissen, so far. Jetzt gehen wir mal. Es gab zwei Schäuze in der Rekordung, die sagen, dass wir zwei Schäuze suchen. Eine war Van Horn. Die andere, eine polizei Metroläu. Die Schäuze sind die beiden Schäuze aus dem gleichen Weapon. Eine .38-Kalibre Handgun. Gut, was fragen wir denn? Are you ruling out other weapons? Any offices reported in the area during the time of the call? We've been informed that a Metro-Officer in the area is no longer responding. Find him. He may be in need of assistance. Okay. Alright, let's move on. While reviewing the recording, I came across a rumbling noise in the background. It was faint, but when I cross-referenced the sample to known sources, I was able to narrow it down to a passing commuter train. Train stations kennen wir. Ja, also. Sind da Züge gefahren während dem Anruf. Ist der... Der Commuter-Train wird... Nein. Ob sie da, ist mir egal. Das interessiert mich. Okay. Perfekt. Gut. Perfekt. Genau die richtigen Fragen gestellt. Dann passt's. Was the hell planst du, ich mach' das? Ich nehme einen Shortcut. Jetzt steck' zurück! Ah. Ja, ja. Du kannst hier Shortcut gehen und ich... schau mich hier mal kurz um. ... Vielen Dank.